Musik Scheisse, schnubig! Huch, wirst du dir nicht heilt? Oh nein, 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 nein! Warte schon, nein, sie verstopft! Ich hoffe, wir gehen voll ins Teil innen! Ja, logisch! Oh, geil! Sie sehen noch nicht so gross, ob sie es gut zählen. Sie müssen einfach dann gut eingehören. Aha! Oh, schnubig! Nummer zwei! Ich habe die Heimer, du möchtest noch! Wieso macht man das selber? Damit man einfach weiss! Man könnte es! Das ist quasi das Blut, nicht wahr? Okay! Und ja, das soll ich nicht machen. Ich glaube, darum mach ich es. Bisschen, und den Mund zugegen. Die Kolder wird durch! Scheisse! Dann will ich noch ein Tuch hinlegen! Das ist schon mal echt ein Sauter, ne? Mhm! Gerade ist es anders, als wenn man es selber macht, als wenn man so früher geblutet wird, ne? Ja! Ah! Da ist sie ihn. Da ist sie ihn. Für Zero. Lauf mir auf den Herd. Wir sind wieder einmal nach Turesch, Albanien. Bis jetzt hat es nichts zum Filmen gegeben. Es hat eigentlich mehr geregnet. Ein kleiner Zwischenfall, südlich vom Gardasein. Dort haben wir noch meine Schwester und ihre Freunde getroffen. Und heute 9 Uhr waren wir auf den Dörfern. Das Wetter ist sehr wechselhaft. Wie man sieht, kann man wieder draussen stehen. Ja, das ist doch ... Mal schauen, wie es dann wird, wenn wir morgen in Albanien ankommen. Aber ich glaube, nächste Woche soll es ja auf 25 Grad sein. Mal schauen. Mal schauen, wie es kommt. Wie man sieht, will dann auch deepest Untertitel mit internacionaln Running Liger. Weisst das in der Route32 às�, ist alle Bedingungen. Wie man sieht, Intz센狀 war die Geschw hat eine neue Bedingung, Ausстatt fundament den Kommunikation. Im vier parach Kris kann man collector einen WUNピast mit international studio. Ausstatt 여기는 Bezieher. Geist der RESPONSE beim Kunst sposób. Verkaufeln. Te也是 das Solid als Oiropat Wir sind heute Mittag in Albania angekommen. Zum Glück ganz ruhiger See, nicht oben geschlafen. Dort war der Schösserater, warm. Heiss. Ein kleines Tunnel. Zuerst mal die Polizei kommt gerade an den Zoo. Ja gut, aber das ist eigentlich noch gar nicht. Einfach voll verschwitzt halt schon. Dann sind wir bei ziemlich starken Seitenwind. Dann sind wir mal Richtung Süden gefahren. Und jetzt ein wenig lang ins Inneren. Hier rechts hat es schon noch Berge mit Schnee. Ja, mit Schnee. Noch ganz weit runter. Jetzt drin wird fast ein wenig an Marokko. Aber da hinten hast du es einfach gesehen. Mit dem... ... sind wir gleich so felsigend... Was ist denn da? Uhhh! Nein, nein, nein! Fuck! Beim Hinren... Warte schnell, hat's etwas? Warte, ich geh schneller! Ja... Gut! Bäh! Das bin ich nicht sicher... Ja, nein, aber das darf ich sicher nicht! Es geht gerade, wir können... Nein, das glaube ich nicht! Das glaube ich nicht! Okay! Okay! Aber da vorne geht's erst rüber... Wir queren den Fluss, aber er ist weiter fort! Ah ja... Ja, das ist schöner da... Ja... Ah nein, jetzt sind wir nicht mehr auf der Spur... γresgebane... Guck... Guck! 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 Jauh, Jauh, Jauh Bravo! ARD Text im Auftrag von Funk Und dann ist es wieder unten der Hügel aufgegangen. Aber eigentlich auch noch okay. Am Anfang war es okay. Aber nachher wurde es wirklich immer schmaler und steiniger. Ja, und es hat angefangen zu tröpfeln. Mit den Bergen? Es ist schwarz geworden am Himmel. Es hat auch Wind und so. Mittlerweile sind wir wirklich drei Stunden in diese Berge gefahren. Und es ist nicht weniger geworden. Es war immer mehr. Der Schnee war immer näher. Grill, oder? Auf der Strasse. Die Strasse ist ja weg. Nur eineinhalb Stunden. Ja, aber so. Und das in dem Moment, wo es uns der Töffel zum dritten Mal gelegt hatte. Und das war so steil dort. Wir sind uns einig. Ja, und dann haben wir beschlossen, dass wir umdrehen. Und schon immer das. Bis wir den Töffel haben, völlig fertig. Es sind etwa drei Stunden, die wir noch vor uns haben. Nein, so lange haben wir nicht. Ja. Bis jetzt hatten wir auch drei Stunden. Okay. Also weisst du, was ich meine? Ja, nein. Das ist ganz gut. Wir sind also nicht weit. Wir sind jetzt gleich weit wie heute am Mittag. Ja. Aber gut. Ja, aber jetzt wissen wir, dass wir ... Ich habe es dir schon gesagt. Also morgen kaufen wir Flipflop und dann machen wir Strammferien. Fertige Berge da. Ja. Ich habe gedacht, nein. So. Mhm. Und zum Morgenpuffe. Ein Einzug zum Morgenpuffe. Ja, genau. Im Schafenster. Mhm. Vamos sehen. Hallo, nierenkaut. Hi. Bye. Musik Musik Der kleine Ort Djares in Zentralalbanien war einmal ein Zentrum der albanischen Ölindustrie. Hier wird noch immer etwas von dem wenigen Rohöl gefordert, das das Balkanland für den Selbstverbrauch nutzt. Aber es sind vor allem die Altlasten, die den Bewohnern hier zusetzen und Djares wie einen Ort aus einem apokalyptischen Film aussehen lassen. Kani Redi ist Direktor des örtlichen Umweltschutzverbandes. Eine Fläche von mehr als 18.000 Quadratmetern ist aufgrund von Infrastrukturen, die seit mehr als 25 Jahren nicht mehr genutzt werden, stark mit Erdöl verschmutzt. Und das hat schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Bewohner. Was hier noch funktioniert, und viel ist das nicht, wird von einheimischen und chinesischen Ölunternehmen betrieben. Umweltschutz steht offensichtlich nicht auf der Liste ihrer Prioritäten. Romantik. Ja, ich nehme mal zum Tanzen. Heute geht es mal aus, wenn es nicht möglich ist. Wir sind froh, dass wir in einem schönen Hotel, wir sind in Elbasan. Ich hatte nie Angst, dass bei uns gestern in den Töffel mit 20 und 25 Stundenkilometern bei so einer blöden Kurve hier auf einer trockenen Strasse einfach ausgerutscht ist. Und wir beide gerutscht sind, habe ich bis jetzt immer Vertrauen gehabt in dieses Ding. Und mir auf der Autobahn passiert das nicht, weil du hast ja nicht so enge Kurven. Das gestern war eine verdammt enge Kurve gewesen. Aber ja, das passiert jetzt nicht mehr. Jetzt wissen wir es ja und jetzt fahren wir nur noch vor der Laufsahn. Ja, die Frage ist jetzt, ob die vier Wochen enden, um zurück in die Schweiz halt, ja. Dann sehen wir lüpfige Musik und die hören wir jetzt schon mittlerweile zum dritten Mal. Ja, mit der sind wir quasi eingefahren. Ja, das ist das Sitte. Ich habe nicht mitgekriegt, da habe ich nur das Treffen. Nein, da haben wir gedacht, da sind wir am richtigen Ort. Mit Panflöten. Wir sind rüstere. Aber wir brüllen. Nein, nein, jetzt schauen wir dann mal. Der Töffel wird morgen gescheitert. Nein. Und ja, ich gehe dann ins Zimmer brüllen. Nein, also ich schaue nachher mal die Spiessen gerade an. Da sehen wir unsere Vorspeisse. Richtig, richtig gut. Ich frage mich ein bisschen, ob wir dann auch noch die Hauptspeisse mögen. Wir sind immer noch bei der Vorspeisse und jetzt hat der Kellner gerade nochmal etwas gebracht. Und zwar das hier. Wow, es kommt immer noch mehr. Wir sind aber nur zu zweit. Ready? Ja. Wind. Ja. Deine Den Ihren ein Eine Bis zum nächsten Mal. 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 Das Problem ist aber, dass man wahrscheinlich eher da und da ist. Bis zum nächsten Mal. 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 Mit dem Auto ist immer noch nichts. Wir haben bis jetzt auch nicht viel Zauplätze gesehen. Und das Wetter hat es gar nicht zugelegt. Jetzt ist es schön, aber gestern arbeiten wir nicht, dass die Auto aufstehen. Boah, nein, ja. Hoffen wir, dass wir dann doch irgendwann noch zaubern können. Ich vermisse es ein wenig. Wahrscheinlich in Slowenien. Dann stellen wir es bei dir auf. Einfach, was man einmal zaubert. Vielleicht ist es bei uns auch warm, bis wir wieder zu Hause sind. Ja? Schnee? Nein, Schnee hat es im Mai kein mehr, haben Sie gesagt. Sieben. Mhm. Du hast die Bikini eingepacken, haben Sie gesagt. Also. Ja. Ja. Und das ist so scheiße, wie es aussieht. Ja. Ja. Es schlittert auch ein wenig hin und her. Aber geil ist es nicht. Nein. Sie lieben nicht, oder? Nein, gut, wir gehen ab. Wir gehen weiter runter dort noch. Schauen Sie sich. Wie weit es der Scheisse ist. Nein, es ist im Fall, da wo es frische Spuren hat, ist hart darunter. Aber man muss da wo es frische Spuren hat, musst du mal draufstehen selber. Oh fuck. Musst da wo es, musst da, ja, ist hart darunter. Ja hart schon, aber einfach schmierig. Schau mal. Eben, du musst nicht dort. Oh man. Das ist ja gar kein Problem. Nicht übermütig werden. Das Problem ist zu schiss gemacht. Nicht übermütig werden. Du hast auch Weedy droppen. Oh shit, ist das hässlich. Ich verliere dich jetzt den Gas. Ja, soll ich mal warten? Hör, kannst du aufsteigen? Nein, nein. Ich gehe mit dem Auto. Der, wo da hoch ist, viel Spass. Ja, viel Spass. Ja, ich stelle. Ja, ich zie ihn. Ja. Was ist das? Da hinten müssen wir! Es geht ja gar nicht! 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 Wir sind jetzt auf dieser Brücke und für 30 Franken könnte man von dort hin, weiss Start mit 120 Stundenkilometern hier herunterfetzen. Ich weiss nicht, ob man es hier sieht. Irgendwo von unten. Man könnte sogar parallel sein. Und die, die mich sehr freuen, über diese Idee. Ja, sie ist total begeistert! Ich finde 30 Franken viel, darum mache ich es wahrscheinlich nicht. Nein, ich finde 120 Stundenkilometer ein wenig viel! Nein! Nein, komm! Du spielst! Das ist auch bei unseren Durchschnitts-Kliniken. Ja! Genau! Aber ja! Mal schauen, jetzt gehen wir zuerst ins Café-Kanal. Ja! 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 Was habe ich hier. Multi-Praise-Kanal. Wir gehen jetzt schon jetzt raus. So will es hier rein! Das war das Wohnzimmer. Das ist die Küche. Da gibt es jetzt eine Pasta. Dann haben wir das Badzimmer. Das ist unsere Wäsche, die am Tröchen ist. Das ist ein bisschen übergeleicht. Aber egal, das ist die Wäschmaschine, die ihm vorher gebraucht hat eine kleine Überschwemmung gegeben. Aber auch die geordneten Bahnen. Und das ist das Schlafzimmer. Hier die Schränke. Das ist das Entree. Das ist die Terrasse. Und da stehen die Tuss. Et voilà. Guten Morgen. Wir sind in Zabliac im Durmitor-Nationalpark in Montenegro. Das ist ein spezieller Ort eigentlich. Ja. Aber schön. Eben wieder ein Skigebiet, aber ganz anders. Das haben wir gestern schon gesehen. Ganz anders als das Wohnen. In den Kohlenskinen, wo wir gestern gewesen waren. Das haben wir gerade am Morgen bekommen. Mega herzig. Mit Konfitüren drin. Ja, sie sind sehr herzig. Einmal mehr. Ja. Ja, wirklich. Ja, und hier ist ein Frieden. Ein bisschen Pfeifen. Ja. Hier hinten, also vor uns, ist ein hoher Berg. 2600 Meter oder mehr. Ja. Einer der Höchsten, die es hier im Land hat. Und der hat noch... Für das jetzt Mitte Mai eigentlich schon gewesen ist, ist noch recht viel Schnee. Ja, wir werden heute ein bisschen mehr anlegen. Ja. Also nicht, dass wir drüberspetzen, aber dann einfach durch. Die Idee heute ist, dass wir sicher bis nach Hum fahren. Das ist die Grenze. Von Montenegro nach Bosnien-Herzegowina. Und dann entscheiden wir wahrscheinlich. Gehen wir runter nach Mostar? Oder hoch nach Sarajevo? Mal. Mal schauen, ja. Aber zuerst mal sicher an diesem fetten Berg hier vorbei. Und dann runter. Ich glaube, das ist so ein See, wo wir entlang fahren. Aber bis zu der Regrenze. Aber bis zu der Regrenze. Ja. Dann zöte. Nie. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, ist es gut bei dir? Ja. Welcome to Bosnia-Herzegovina. Dann kann man wieder bürzen. Was macht der da? Oh fuck, jetzt kommt noch mal ein Zoo. Ja, das ist jetzt, denke ich, der andere. Wir sind immer noch in Bosnia-Herzegovina. Nein, in Montenegro. Nein, in Montenegro meine ich. Oh nein. Jetzt sind wir raus, jetzt müssen wir rein. Das ist ja voll hoch. Korb, still is godling. Ja, ja. Musik Eigentlich ist das vielleicht gar Kaffee. Nein, weisst du nicht. Ja, weil, oder? Also Bäume sind... Oh, hör du die Fema? Ja. Ja, weil, oder? Ja, weil, oder? Ja, weil, oder? Hier unten hat es eine. Day and Night. Das? Ja. Da hat es alle die Sachen, die du gerne hättest. Nein, da hat es... Hallo? Ja. Und? Das ist so geil. So ein riesiger Kleber vom WC. Nichts darfst du ins WC heraberschmeissen, gell? Ja. Es hätte auch nichts zum heraberschmeissen. Es hat nicht mal WC-Papier. Ja, super! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Vorher ist ein Teufel auf den Rand geschlagen hier. Das Problem ist nicht, dass es so steil ist, sondern dass es so ein grober Kies ist. Und jetzt haben wir entschieden, dass wir umdrehen und eine andere Strecke nehmen bis zu diesem See. Ich glaube, es ist besser. Bis zum nächsten Mal. Es ist null vorhersehbar. Also da kann man meinen, okay, gut, jetzt ist es ein bisschen mehr Rauch und es ist mega steil und wie wirklich inmitten in den Bergen. Oder dann hat man das Gefühl, ah, da ist jetzt schön flach. Und dann geht es irgendwie dafür von dort aus zu hoch ab. Auf das Mahl? Ja. Wieder wie spält in der Ärzte. Es ist mega schwer. Auf das Mahl? Ja, nein. Um sich zu vorstellen, ja. Und Fische hat es dort gehabt. Die wenigstens. Ich bin fast durchgelegt. Du siehst wie Gras. Wie eine Zucht. Schwärme. Das waren Vorhallen. Morgen hoffen wir, dass wir die Rost sehen wollen. Mal schauen, was für Wetter du da zählst. Ja, was das Wetter überhaupt macht. Es riecht nach Kaui. Ja. Ich habe mir das so vorgestellt, dass wir so fahren würden. Auf so einem Weg. Und dann links und rechts von uns würde eben die wilde Rosse galoppieren. Aha. Kann ich denken. Ja, vielleicht würdest du einfach aufhören, Videos zu schauen. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Ich würde. Kommen wir ein bisschen längsamer. Längsamer? Ja. Geht's nicht? Kommst du nicht längsamer? Okay. Du darfst gehe gar nicht längsamer. Ah, okay. Es ist kein Problem. Okay. Judgep Wortmeldet. Und dann ok? Musik 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 Wir sind heute von Bosnien nach Kroatien gefahren. Auf der Suche nach Wilder Rosse. Wir haben überall gelesen, oder? Ja, quasi die stehen neben der Straße. Ja, die warten. Wir haben durchgoogelt und dort hat es so Rezensionen. Wild Horses Open 24 Hours. Attraction. Tourist Attraction. Ja, genau. Und es hat auch mega viele Schilder gesehen. So wie es bei uns in der Schweiz Rehwaren, also Wildwechselschilder hat. Da hat es dort ohne Ende einfach grösser. Ja. Also wir haben kein Wildpferd gesehen. Aber nicht mal eines. Nein. Wir haben zwar schon Pferde gesehen, aber die waren auf der Kuhweide am Gras gesehen. Mit der Kühe zusammen. Also das kann man nicht als Wildpferd sehen. Und der Eint hat so einen langen Schnepper gehabt. Ja, das hat er wieder gesehen. Ja, wirklich. Abgesehen davon ist es landschaftlich sehr cool. Aber es war sehr schön, ja. So eine Wildwest-Szenerie eigentlich. Ja, ja. Also eben mit diesen riesigen Kuhherden, Feldern. Also man hätte eigentlich schon erwarten können, dass auf der Krete irgendwo Indianer mit den Pferden, ja genau. Und eben die Wohnung hier. Drei Schlafzimmer. Ein Wohnzimmer. Ein Bad. Mit Küche. Ja, mit Küche. Eine Küche ist wirklich eine Kombination. Ja, ja. Es ist viel zu gross. Es ist riesig. Und da eben die Terrassen. Es ist sehr schön. Jetzt eben morgen. Es vermischt sich alles. Das blaue Auge. Eye of the World. Der Adam war schon durch. Die Eye of the Earth. Die Eye of the Earth. Die Eye of the Earth. Ah, wir verwechselt da von den Sachen da. Und dann gehen wir nachher zum Meer, ja. Genau, dann machen wir Ferien. Wir sind auch ein wenig weggekommen von dem Tet-Zugs. Also der Dani ist weggekommen. Mir hat sie noch nie eine Rolle gespielt, wie die Strasse genau heisst. Du bist so gut. Nein, das geht gar nicht darum, wie eine Strasse heisst. Das ist ja... Mann, seit einem halben Jahr höre ich mir jetzt das an. Da kann man wie nichts dagegen sagen. Das ist der Punkt. Ja. Auf jeden Fall habe ich auch gesehen, dass in Kroatien gibt es einen Nationalpark und der geht dort auch durch. Und der ist, glaube ich, easy zum Fahren. Ja, wir schauen. Ja, wir schauen, ja. Wir haben bis jetzt noch immer einen schönen Weg gefunden. Das ist so, ja. Das ist so, wie in Kroatien Strasse heisst. Ja und das... Ja, das ist... Ja und das... Meinst du? Maybe. Und da? Ja. Oder? Es geht nach Parkplätzen. Das sind Kinder. Drinking water. Not swim. Okay. Fick man einfach das Wasser zum Boden aus. Ja, es kommt Wasser zum Boden aus. Und das Interessante ist, man sieht es, wie es oben kriselt. Ja, das ist sehr interessant. Und von diesem Wasserloch geht dann der Fluss auf das Maul los. Und dort fliesst wirklich Wasser. Das ist schon krass. Ja, nur ein bisschen. Ja. 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 Wie Receb? Ja. Wie sind wir? Aber wenn ich es fest zu drücken, dann spüre ich es nicht mehr. Ich bin froh. Ich bin vor allem froh, dass du nicht siehst, wie sie gedrückt hat. Ja, ich habe es gespürt, wie sie gedrückt hat. Oder Emelie. Schau ab. Nein, Moore. Moore. Sie war sicher mal Fie-Doktor. Nein, sie hat das nicht tot gemacht. Aber es ist ja herzig, dass sie gesagt hat, nein, nein, du musst sagen, don't worry, ich mache nichts. Ja, ja. Ich mache nichts. Wir haben die Hälfte auspackt. Mhm. Wir sind in Schiebernick. Seit gestern. Jawohl, wir haben nämlich mal ein wenig Pause gebraucht. Der Doni hat ausserdem noch einen Doktor gebraucht. Diese hier. Es war nämlich sehr entzündet, oftmals seit zwei Tagen. Und es hat angefangen zu schmerzen. Vorher sind wir noch etwas spazieren. Wie sagt man dem, wenn man am Meer entlang laufen kann? Eine Promenade. Danke. Knien. Da sind wir eigentlich auch. Wasserfälle. Aber auch dort war es heiss wie ein Sorg. Es war wirklich warm. Es war wirklich warm. Mindestens 30 Grad. Es hat quasi schon geflimmert über dem Asphalt. Ja, so hat es halt. Vom Wasserfall hatte es so einen Windzug. Das hat man gesehen schon von weitem. Von weitem. Doch. Es hat mehr aussen wie Nebel, die so zieht. Ah. Und habe dann recht schnell nach drei Sekunden gemerkt, weil die Flottsch nass war. Das war nicht Nebel, sondern wirklich Wasser. So wie eine Dusche. Das hat ja fast vorgenommen. Aber es ist Zeitwärts. Doch. Ja. No. No. Oho. Das hat nicht so schlimm ausgesucht. Schau mal. Ja, so, das hat ich auch. Ja, ja, aber gut drauf. Das hat ich auch so ausgesucht. Ja, schön ab, wirklich. Und dann sind wir gestern fein gut zu Nacht essen. Mhm. Fische haben wir gehabt, ganz fein. Fische vom Grill. Ja, das war sehr fein. Heute müssen wir wieder selber kochen. Ja, wir müssen ein wenig im Budget schauen. Ja, genau. Ja, Preise sind schon das Bier. Ein bisschen anders. Ja, seit drei Jahren, dass wir kommen, gell? Wir haben alles ein wenig durch die Unterkunft. Und auch sonst Preise. Aber es ist immer noch easy. Ja, ja. Und jetzt steht Camping auf dem Programm. Bis jetzt sind wir nicht einmal zählt. Ja, es wäre auch niemand. Es wäre auch gar nicht Camping. Mal schauen, ob man morgen etwas findet, etwas Schönes. Ja. 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 So, endlich. Endlich. Ist es genug warm? Es sieht aus, als ob das Wetter stabil wäre. Und wir haben hier ein ganz schönes Blattchen gefunden. Und wir haben hier ein ganz schönes Blattchen. Und wir haben hier ein ganz schönes Blattchen. Und wir haben hier ein ganz schönes Blattchen gesehen. Und wir haben hier ein ganz schönes Blattchen gesehen. Ja, also die Blittwitzer See. Also meine Eltern haben gesagt, dass sie in den Kirch Nationalpark nicht so überlaufen, wie die Blittwitzer See. Und ja, sie haben recht gehabt. Und wir haben hier ein ganz schönes Blattchen gesehen. Und wir haben hier ein ganz schönes Blattchen gesehen. Unser Lott war von 13 Uhr bis 14 Uhr, wo wir in den Park hinein dürfen. Und dann haben wir halt drei, vierte Stunden dort noch gewartet. Das hat gerade so ein Verlassnicks, ich weiss nicht, was das war, ich glaube ein Restaurant. Sicher ein Restaurant für mich. Ja, ich habe dort noch reingeschaut. Und dann sind wir halt das noch anzuschauen. Aber man ist nicht wirklich reingekommen, aber es gab auch eine Befüge zum Gesehen dort. Und dann sind die 40 Minuten auch nicht so lange gewesen. Und dann sind wir dann in den Park. Es ist touristisch auch nicht. Ja, es hat dann diese Leute halt... ...zumitten auf dem Steg. Und der Steg ist einfach so breit. Und wenn halt 50 vorne Selfies machen... Nein, nicht 50, nur zwei braucht es. Und dann können die restlichen 50, die eigentlich gerne weiter nehmen, einfach nicht vorbei. Ja, wir haben viele ganz interessante Menschen. Ja, es ist ein schönes Rücken. Also jetzt Pony. Aha, also nein. Das machen wir mal nicht Pony, sondern Pferd. Wild. Echt. Cowboy. Sind die E-Zoom? Nein, sind sie nicht. Also ein extraes Wildpferd. Da fahren wir da? Nein, also ganz sicher nicht. Warum? Das ist kein Zoo. Da kannst du da... Da darfst du vorne stellen und dann kannst du schnell zu Fuß machen, als du willst. Aber vielleicht nicht gleich hinter dem Busch. Nein, genau. Nummer, in der gibt es noch nicht mehr, nur ein 225 cm. Da. Ja, genau. Da. 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 Und da wir mit dem Busch. Da. 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 Bis zum nächsten Mal. Wir sind am Strand, auf dem Camping, der 50 Euro pro Nacht kostet, auch für ein Zelt in der Nebensaison. Moment, die hintersten Pläne? Ja, das sind die günstigen. Jetzt sind wir hier auf so einem weissen Teil, für 10 Minuten. Und dann kam einer mit so einem Kassiergerät mit dem Handy und hat gesagt, wir müssen irgendetwas zahlen. Ich habe zuerst verstanden 2,20 Euro. Und dann habe ich gesagt, mach 2,50 Euro, ist okay. Und dann habe ich mit 10er und 1,50 Euro angegeben. Und er hat dann gefunden, ja nein nein, 2,20 Euro. Also 2 Personen, 20 Euro. Dafür dürften wir bis morgen Mittag so eine Plastik stehen haben. Und der Schirm. Und der Schirm natürlich, ja. Wie geil ist denn das? Aber er war dann easy. Man hat gesagt, nein nein, wir gehen sonst irgendwo an den Schatten. Aber jetzt, jetzt gehen wir ins Meer und schauen mal, was es das kostet. Und dann gehen wir ins Betten mit dem Teil. Wenn es geschafft, könnte sein, oder vielleicht ein wenig ... Dann gehen wir ins Betten zu. Dann gehen wir fast hin. Und dann gehen wir also jetzt hin. Und dann gehen wir im Betten. Wir sehen uns jetzt nächste Woche aus. Und dann gehen wir auf . Das war auch. Dann können wir bei uns mit dem An 거야. Wir sehen uns jetzt gehen. Und dann schauen wir auch. Wir sehen uns jetzt da, nicht. Wir sehen, wir sehen uns bei uns aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dann haben wir eine weisse Strasse gefunden. Bist du sicher? Ja. Okay. So Bauschutz verteilt. Ja, die Gägelsteine. Gell? Die Bröckle. Ich finde es schön. Dann haben wir das schon. Wir. Ja, aber ach so. Jetzt sind wir dann auch gefahren. Bis dann echt klar war, wieso das Gebiet auf dem Navi rot gestreifelt war. Die Gägelsteine ist halt so recht gross. Entweder ist es ein Naturschutzgebiet. Nein, das ist das Nöchse. Oder es ist vermint. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja. Von Südseland. Von Südseland. Ähm, zu Postoina. Wo do we... Okay. Jetzt kann ich Sie direkt fragen, wie haben Sie diese... Mit Google Maps. Sorry. Haha. Das ist für unsere Militärgebnisse. Aha. Wir können nicht weiter... Aber wenn wir jetzt auf dieser Strasse zurückfahren, passiert das nichts. Okay, gut. Gut. Okay. Dankeschön. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Äh, dann gemeint, ja, es werden... Wir sollen doch kehren. Es werden mit scharfer Munition. Ja. Werden da... Geschossen. Dann sind wir auf Anfao nach Postoina gekommen. Zu den Höhlen. Und das ist ein megaerlebnis. Ja, die sind wirklich krass. Wirklich, ja, krass, ja. Das... Wir haben ja auch schon Tropfenjahre gesehen. Ja, aber das kann man sich wirklich... Das kann man sich wirklich... Wie du gesagt hast, man kann sich das in diesen Bildchen nicht vorstellen. Es ist so viel grösser und so viel mehr. Und so viel... Also, Sie benutzen selber ja schon sehr viele Superlative, aber... Man darf das auch. Man darf das auch. Man darf das auch. Es ist wirklich, wirklich sehr eindrücklich. Ja. Ja. Und jetzt gehen wir morgen mit dem Zug. Das Ljubljano anschauen. Und bleiben bis am Sonntag hier. Und am Sonntag geht es weiter. Da ist die Flamme, ganz schön. Ja. Sehr schön. Da ist es, wie wir wollen mit dem weg sein, ich gehe. Und als ich schande? Ja. Und jetzt gehen wir aus. Da bin ich in der Zwischenzeit. Da bin ich in der Zwischenzeit. Wieº. Na? Da bin ich? Da bin ich? Da bin ich... Da bin ich? Musik 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 Oh scheiße! Oh, du... So, jetzt komm! Schöner Abschluss! Alles gut! Ja! Jetzt werden wir wahrscheinlich sehen, was wir brauchen. Das wäre super! Da sieht man, dass wir unsere Kleider enttrocknen und offensichtlich schon die Puppenheit sind. Die ist wirklich ohne zu über 30 Grad. Und das ist gleichzeitig auch die ganze Heizung für den Ruhm. Also eigentlich brutzelt man fast die Füsse, wenn man im Bad sitzt. Ja wirklich, das ist nicht mal ein richtiger Betrieb. Wir sind in Klagenfurt. Das ist Österreich. Wir sind gestern in Blät gestartet. Im strömenden Regen. Man muss vielleicht mal sagen, wir sind durch den Tunnel gefahren. Ja, weil eigentlich ist das nicht der bevorzugte Motorweg. Also von Kärnten haben wir bis jetzt eigentlich noch gar nichts gesehen, ausser Nebel und Wolken. Wieso die ganze... Es hat einfach gerecht. Ja, ja, ja. Ehrlich gesagt, wir müssen weiter. Im schlimmsten Fall können wir in anderthalb, ein bisschen mehr als anderthalb Stunden sind wir auf der Autobahn in Indien, in Graz. In Graz. In Graz. Ähm, dort müssen wir ja am Donnerstag sein. Über den Mond. In Graz. 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 Das Wasser sieht uurscheiße aus, das ist nicht so, wie wir es uns gewohnt sind. So, wie wir sehen, sind wir in Graz am Hauptbahnhof, kurz vor dem Verladen. Das hier ist die, die nervlich am Boden zerstört. Wirklich? Ich weiss nicht, warum? Nein, nicht. Doch, vorhin warst du schon ganz anders. Ich mache es manchmal hier an, oder? Ja, ich mache es hier an. Es ist 9 Uhr und um 10 Uhr sollten wir auf die Wege fahren können. Wir sind auf dem Zug von Graz nach Veltkirch. Und das Viererabteil. Vorhin haben wir gemerkt, dass wir tatsächlich auch das Vierter sind. Das Zweig wäre es mega eng. Aber das Vierter... Naja... Aber die anderen Zwei haben sich entschieden, schon mal ein bisschen im Dunkeln zu machen. Ja, die schlafen schon. Jetzt kommt Yvonne und hat ein wenig den Sparbuch ausgemacht. Ja, ausgerechnet! Ja, natürlich. Ich habe schon darüber gemerkt, dass wir uns einig sind. Und der Sparbuch ist praktisch. Wann sollen wir uns wecken? Ja, um 7 Uhr. 7 Uhr langt? Ja, um 4 Uhr. 7 Uhr ist nicht so groß. 6.45 Uhr. Ja, passt. Ist das okay? Für mich ist es okay. Sie sind sowieso wachen. Wir sind sowieso wachen. Okay. 11 Uhr. Und... Bis zum nächsten Mal. Ja, wie man sieht, sind wir wieder zu Hause. Also ich, du noch nicht, du jetzt. Vor 31 Tagen und 3549 Kilometern sind wir abgefahren. Und das Wetter ist auch schön tatsächlich. Ja, besser als wir, was wir haben. Ja, definitiv. Also ja, gute Sachen. So nach vier Wochen wieder zu Hause. Mhm. Schön. Danke. 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 Danke.